Ich hätte vielleicht vorher scheißen gehen wollen. Kaifer ist nicht bereit. Er ist verwirrt. Er ist einfach nur verwirrt. Hydrostasis. Oh Gott. Okay, er hat ein bisschen Bammel auf jeden Fall, der Dude. Würde ich mal meinen. Hab ich auch. Muss mal Licht ausmachen. Ich war nur klar. Was denkt ihr denn? Ey, scheiß, siehst du schon in die Hose, Alter. Es riecht hier gerade auch ein bisschen nach Kacke. Vielleicht hab ich ein bisschen gepumpt. Wuhu! Brille, wo war ich? Taschenlampen aus. Okay. Ich hab noch Taschenlampen ausgelesen. Der Drop ist da schon mal sehr geil. Jetzt schon fernbocken, ja. Ja, ne, reicht auch. Danke fürs Zugucken. Also ich recorde das natürlich, ne? Ja, ja, klar. Ich muss den Anker hochladen. Das Äphobie wirkt nicht wie ein 103er Äphobie. Nochmal nein. Okay, ich hab hier zwei Kananen. Sehr schön. Ihr seht sehr vertrauenswürdig aus, Freunde der Sonne. Gut, dann lass uns mal zu Tode erschrecken. Let's go. Ja, jetzt schon. Oh, Alter. Weiß jemand, wie das Spiel funktioniert? Ne. Aber soweit ich weiß, wird man hier nicht wirklich viel an der Hand genommen. Also das ist schon... Ich erinnere mich, glaube ich, wir müssen ruhig sein und leise und so. Das haben sie am Anfang geschrieben, ja. Taschenlampen aus. Wo ist... Ich weiß nicht mehr, wo die angeht. F. Ah, F. Für Flashlight. Wo ist denn Boxen? Ich hatte eine Box gefunden. Auf C kann man eine Milli-Waffe ausrüsten. Oder auf 1. Achso, ja, moin. Ja, aber auf C haut er auch einmal zu. Ah. Und wechselt dann die Waffe, whatever. Ich hasse C als Knopf. Mittlere Monster ist das Ping. Okay, warte mal. Sequenz starten. Achso, ihr müsst hier mit rein wahrscheinlich, wa? Wollte ich jetzt sagen, ja. Genau, scannen. Okay. Bereit zum Einkacken, Jungs? Habt ihr die Gummibindeln an? Ne. Warte. Lassen wir ihn nochmal eben. So, ich hab ein Mod. Ich hab ein F. Ich hab ein F. Ich hab ein F. Ich hab ein F. Ich sitze mit Wireless-Maus und Tastatoben-Pod. Ja, was ist denn jetzt hier? Ich hab ein F. 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 Okay. Da ist schon einer. Okay, also schleichen. Und dann musst du noch durch die Furz-Bubble durch. Links oder rechts, Freunde? Ja. Ich geh mal hier rechts. Komm mit dir. Ja, genau, aufteilen. Das wird der Plan sein. Zugangsterminal. E. Ich hab hier ein Terminal, wie gesagt. Ja, das ist gut. Ich bin hier. Ich bin unterwegs. Links zu dir. Type, help. Jetzt. Blablabla. Okay, help. Ja, genau. Das ist wie so ein MS-DOS-Panel irgendwie. Ja, ja. Das find ich allerdings ziemlich cool. Oh, okay. Das ist tobel. Ja, nice. Äh, willst du dich dann hier ansetzen? Nö, mach mal ruhig. Sleepers. Das hören sie nicht, oder was? Lull. Ach so. Okay, ich weiß jetzt nicht. Däh, sleepers. Wartest du mal nicht mit deinem... Wie hast du denn denn den Kopf rasiert, Alter? Weiß ich nicht. Mit ner Machete, oder was? Wirklich. Voll die Streben. Willst du dir so mal angucken? Ja, warum nicht? Ich hab da jetzt nicht irgendwie was rausgekommen. Äh, Terminal only locate items in the current zone. Okay, aber wir müssen ja... Äh, ping key 1, 2, 3, minus T. Okay, welchen Key brauchen wir? Wissen wir das? Finden sie Meta Wave Projector, steht oben. Benutzen sie den Befehl... Query, ping, Meta... Underscore Wave, Underscore Projector. Warte mal, Query. Lärzeichen. Lärzeichen. Query. Lärzeichen. Meta. Meta. Unterstrich. Meta. M-A-T-T-E-R. Ach, Meta. M-A-T-T-E-R. M-A-T-T-E-R. M-A-T-E-R. M-A-T-E-R. Wave, Underscore. Projector. Query. Okay, irgendwas hat er gemacht. Da. Geben sie sich zu Zone 80. Okay. Exit. So, wo ist Zone 80? Das steht an den Türen auch, ne? Oh, man kann auf der Map auch malen. Wo ist denn die Map? Ach, Tab oder was? Penis. Das ist der Erwachsener, Hohe Moor. 75? 76? Ja, dann ist das ja wahrscheinlich, äh, grundsätzlich erstmal in diese Richtung hier. Da. Hier? Ja. Da? Ja. Wo ist das? Also gehen wir hier lang, so, okay, verstehe. Und da, wo wir eigentlich lang wollten. Aber, wir hatten jetzt immerhin das Terminal. Co für die Kommandoliste. Ah, okay. Werkzeuge. Das Ziel. Ah, hier ist die Tür zu 76 B. Da müssen wir uns hier durcharbeiten durch die ganzen Dinger. Warte mal, warte mal. Hier vorne liegt was. Hoffentlich wachen die nicht auf, wenn wir die Tür aufmachen. Ah. Warte Fakt. Cool. Ah, okay. Geht gleich hier, gleich. Oh Gott, ein Minigame. Ah, ich will nicht verantwortlich sein für die Scheiße. Ruhig. Ist ja nichts passiert. Ich hab jetzt schon so... Das nächste Minigame macht einer von euch, Alter. Oh Gott, ist das abartig. Shit. Äh, Fagy, hast du... Fagy muss Windel wechseln erstmal. Ja, ja. Da stehen noch mehr von den Fickern. Geile Hose auch, muss ich sagen. Maxi. Direkt bereit fürs Festival, der Typ. Oh, oh. Ah, pst. Da ist eine Kiste. Wo? Ja, ich geh. Ah, jo. Da steht aber auch einer, also hockt einer. Ja, alles gut, ich mach das schon. Voll cool. Richtig gut von dir. Muss ich doch nicht machen. Ich kann die nicht öffnen. Ähm. Der hat ich gesehen. Au, 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 au. Nein, hat er nicht. Hat er. Das ist nix. Nachhaft, nix ist immer nachhaft. Das können ja nicht viele sein hier am Anfang, oder was? Hast du wahrscheinlich einfach noch nicht... Ups, viel Monique. Gibt's Friendly Fire? Du hattest den Halt getriggert. Okay, ein Nahkampf ist wahrscheinlich sinnvoller. Hast du die... Oh, lol, Alter, der schießt mit irgendeinem Scheiß. Ja, der ist da irgendwo im Dunkeln. Da. Ich hab nur 250 Prozent. Alter, die Waffen haben ja guten Rückstoß, nicht schlecht. Das Ding jetzt... Nein. Alter, du siehst ihn auch nicht im Dunkel, das ist ja richtig krass. Da sind auch mehr von denen, Achtung. Das ist rot. Kann nicht pingen. Ja, irgendwie mal einpingen. Oh, ich muss nachhören. Shit. Kann's irgendwie nur... Ist nicht so leise hier gerade, ne? Der kleine Ficker. Da sitzt er. Alter, die sitzen halt echt im Dunkeln. Wie fies ist das denn? Gott, wir machen so einen scheiß Spider-Walk. No, no, no. I don't want... Achso, ich hätte ja auch mal Lampe anmachen können. Dann sieht man die Wichser auch. Und dann kommt man nicht mal an das Ding ran hier, ne? Ja, weil, äh, verschlossen. Ja, mein Gott. Warte, mein Gott. Hast du das aufgemacht? Einfach aufgeschlagen. Ich hab irgendeinen Rucksack, Munitionsrucksack. Das ist ja schon mal nice. Also die eine Waffe, die ich hab, die ist schon mal richtig scheiße. Ich glaub, wenn du sie getriggert hast, kannst du dann die Lampe eh anmachen. Aber jetzt, erst mal wieder aus. Aber ich hab noch 23% Demen, passt schon. Kann ich wieder nachdenken? Ja, das war auch... So, war nochmal Arkad, oder? Da ist 76D. Das heißt, also hier geht's ja weiter. Direkt hier vorne. Ach, da oben. Nee, warte mal. Wer zeig das hier an? Ach, da. Da steht's doch auch. Ist hier eine Leiter? Kannst du haben. Ach so, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Okay, das heißt also... Ja, Leiter. Hier ist auch ein Pfeil zu 76D. Also auch dicht. Aber da leuchtet doch was hier. Da geht's zu B. Geht's hier unten vielleicht längs? Was, kann man da was benutzen? Nee. Da oben war auch noch was. Da, wo die eben waren. Ich glaub... Ah, hier ist was. Hier. Da ist auch oben. Weiß gar nichts mehr. Man hört die Fucker. Was steht denn die Muni eigentlich? Oben, rechts oben. Ah, oh, oh, oh. Wird langsam knapp. Ich hab auch noch einen neuen Schuss. Gute Frau, ist jetzt auch. Die erste Runde geht so in die Büchse. Links, Alter. Hier ist eine Hose. Super. Ist da Kacke drin? Dann wechsle ich die nämlich sonst mal aus. Nee, nur ein bisschen Blut. Nee, das nehm ich lieber als die Kacke. Okay, was hast du da gefunden? Irgendwelche Artefakte. Ich weiß nicht, was... Ich sammle hier auch irgendwas. Was ist das hier? Sen... Was? Ah. Achso, ich hatte ein Ammo-Pack. Ansonsten... Refill. Ich hab dich gerefilled. Okay. Füllt sich das wieder auf? Hast du das so gemacht? Ich hatte die Box irgendwie in der Hand und hab E gedrückt. Dann hat er irgendwas bei dir gerefilled. Wahrscheinlich ja da alles an Dingen, wa? Nee, ich hab das gerade aufgehoben. Was ist das hier für ein... Ein Foam Generator? Ach, ein Schaumwerfer. Okay. Ja, oh, was bringt das? Ja, damit kannst du bestimmt fesseln. Natürlich nice. Hier vorne... Klackert auch was. Ja, ja, links war einer. Erst mal gucken. Da geht's zu C. Ach nee, warte mal. C wollen wir ja gar nicht. B, A, D. Ja, ja, aber das müsste ja theoretisch dann... Dann lass uns mal... ...in die Richtung hier. Da sitzt einer. Ich probier den Schaumwerfer jetzt mal aus, ja? Let them snooze. So we don't have to fight them. Ja, nice. Ah, okay. Bleibt die denn... Bleibt das... Ja, das will ich ja wohl mal hoffen, Alter. Sieht aus wie ein kleiner Dick. Von hier? Ja, super. Sieht wirklich winzig aus, das Ding. Jetzt wissen wir, ob die dauerhaft da drin bleiben. Hast du wahrscheinlich nur Zeit kaufen. Okay, so geht's aber auch. Alles klar. Ich weiß ja nicht, wie oft ich das Ding benutzen kann. Ansonsten ist das Handy dann. Dings, hinter den Kästen ist was. Oh, ja, ja, ja. Oh, oh. War nix. Los, splattern ihn. Super. Hier geht's aber weiter. Ja, warte, hier ist noch ne Kästen. Ich auch. Was war das? Weiß ich nicht. Irgendein Special Viech. Hä? Was wird hier getriggert? Weiß ich nicht. Vielleicht schreien die auch einfach nur mal ein bisschen Hosen-Scheißer-Modus noch. Der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch, ja. Mach das. Hat nur keinen Kopf. Warum hast du ihn denn nicht komplett zerstört? Nein, jetzt splattern halt direkt nach einem raus. Du hast nur 23 HP. Wie heilst du denn? Ich hab auch nur noch. Ah, nee, wir haben uns nicht geheilt. Ich glaube, dafür musst du halt so ein Med-Kit oder sowas finden. Aber mein Puls ist in Ordnung. Q und 1 gleichzeitig drücken, auch super gut, Alter. Q und 1? Nee. Ich mein für Einsatz von Werkzeugen. Ach so. Das hält wahrscheinlich auch ein Konsolengame mit, würde ich mal vorstellen. Nee, du kannst da auch Maus Mitte. Du kannst mit Mausrad scrollen und dann mittlere Maus drücken. Ah, okay. Aber es ist schon mal cool, dass man sich so mit quasi Randys absprechen kann dann. Wir haben Kinddichter hoch, ne? Nice, dann wissen wir ja, wo wir noch abhauen. Rechts sitzt auch einer, ne? Vorsicht. Ich hatte halt auch gedacht, man ballert hier mehr. Also ich find's jetzt nicht schlecht, aber ich würd ja lieber ein bisschen ballern. Aber das kannst du vergessen mit dem Munitions-Count. So, geht's jetzt da oben weiter, oder was? Sieht so aus, ne? Ich weiß halt nicht, wie dicht du... Also hier müssen wir ja rumkommen. Oh, und dann ist da so ein fucking Licht. Warte mal, ich glaub, da hinter der Lampe sitzt auch einer. Nee. Ja, die haben auch zu für The Grudge geguckt, ne? Hier ist einer direkt. Okay, den müssen wir einschäumen. Warte. Ja, schäumst du? Ich hol den Romantik-Schleim raus. Geil. Volle, Pulle. Ähm, okay. Ist nicht mehr viel drin gewesen. Das kriegen die nicht mit. Ja, genau. Gib ihm. Vielleicht kann man die auch einfach so zersmaschen ohne den Schaum. Aber da müssen wir gleichzeitig... Okay, der eine hat so'n... So'n Spike-Kopf und der andere hat Zähne. Äh... Also ich hab wohl dann keine Muni mehr für das Ding, oder was? Ich hab noch ein bisschen... Genau, null Prozent. Nice, okay. Dann versuche ich mal den anderen zu kloppen. Sind beide. Du kannst hier noch aufladen, den Schlag. Gedrückt halten. Ja, ich weiß. Hast du's hier in den Kisten? Da sind immer diese Artefakte drinne. Med-Pack, Med-Kit. Ah, okay. Das ist doch gut. Kannst du's an dir selber benutzen? Ich wüsste nicht wie. Äh, kannst du's droppen? Dann gib doch mal her. Äh... Ich wüsste nicht wie. Wenn ich jetzt irgendwas drücke und dann kommt eine Granate geflogen. Dann bist du schuld, dass wir verrecken. Oh, für die Kommandontiste. Einsatz von Werkzeug. Nee, das ist nur Befehle geben. Aber du hast es nun noch an der Hand. Normalerweise. Also ich kann's an dir benutzen. Dann benutzen. Achso, warte. Einfach so E drücken. Aber das war nicht gebrochen. Ah, okay. Ja, aber jetzt hat also 20% Ersatzgehalt. Du hast einfach weggesnackt. Einfach wup, verschwunden. Hat gut geschmeckt. Nice. Das freut mich. Ja. Einfach so gefordert. Hier ist nix. Es gibt keine Kollisionsabfrage. Ich finde das Game jetzt schon geil. Wenn die Mates an dich wegwiggeln können. Ich leuchte mal. Gleich wird von links und rechts so... Ging's nicht oben weiter? Ach, warte mal auf. Der Map ist da noch... Was ist denn das Rote auf der Map? Meinst du das hier, ne? Ja. Ich glaube, das sind vielleicht Kisten. Ist auch noch eine. Könnte sein. Und was ist das da unten? Hier, das... Aber das hier ist die eine Kiste, die wir eben geöffnet haben, wo das Mad-Kit drunter war. Safe. Das hier. Ja. Also dann bleiben die auch angezeigt, wenn man sie schon hatte, oder was? Weiß es halt nicht. Aber hier gibt's keinen Ausgang, ne? Nee, irgendwie nicht. Außer da geht's noch weiter. Und hier sind wir gekommen. Und hier... Nee, da geht's auch nicht weiter. Vielleicht sind wir ja auch gänzlich in der falschen Richtung unterwegs. Könnte ja sein. Oder ist da mal was? Schwer zu sagen. Ich bin gewiss, was das hier ist. Ja, gucken wir uns das mal an. Triggert man die, wenn ich jetzt im In-Game-Voice-Chat einfach mal rumschreie? Wahrscheinlich. Ich möchte das nicht. Das wäre dann aber ein guter Grund für... Warte mal, da ist eh. Da würde es dann ja weitergehen. Wenn man denn da langkommt. Nee, sind wir nicht in... 76... Whatever. Kann sein. Und man könnte ja auch einfach mal auf die... Ich frage mich halt noch mal, ob man die auch killen kann. Mit ranschleichen. Ich versuch's mal. Ich sag nein. Game is last words. Ihr feigen Säcke. Ich bin feige. Hier riecht's echt nach Kacke in den Hosen. Ich weiß nicht, was los ist. Soll ich... Soll ich... Ah! Was? Ich hab einmal mein In-Game aufgegriffen. Ich hab das nicht gehört im In-Game. Okay, mein In-Game funktioniert natürlich nicht. Was? Oh doch, der hat funktioniert, ja. Audio. Kann eigentlich nicht funktionieren bei mir. Prachtchat. Wuscht du Talk? Nee, man hat's gehört. Also das kam doppelt. Ah, okay. Du, Streber, hast dein Setup halt cooler gemacht als ich meins. Guck mal, hier ist noch ein Artefakt, Jungs. Das sieht so aus übrigens, ne? Ja. Schön, dass du... Du kriegst mich mal nicht mit deinem Auge, mit deinem Ding in den Auge rein drinne. Du bist jetzt da... Ach, das ist ne Leiter. Das Zeichen. Jo. Das Gelbe oder was? Ja. Das hier. Wissen wir wenigstens... Aber warte mal, hier sieht's aus, ob hier so ein kleiner Tunnelgang noch ist. Oder? Ich Profis, alter. Was denn? Ich möchte jetzt halt eher noch wissen, was das hier ist. Das ist ja hier vorne. Kann man irgendwas schieben. Ja, aber das ist... Also das Orangene sind die Boxen. Safe. Aber auch die, die man schon gelootet hat, wa? Ja, ja, ja. Und lass uns hier unten gucken, wo die Viecher sind. Ich meine, irgendeinen Grund willst du haben, dass die da unten rumlungern. Glaube nicht. Doch. Hier rechts sitzt einer. Den kaufe ich mir direkt. Oh, das geht eigentlich ganz gut. Vorher chargen und dann... Oh, die checken's nicht. An den musst du dich, glaub ich, von hinten ran. Das ist gut möglich. Ich probier's. Schaum-Munition hab ich jetzt keine. Vielleicht macht der auch ganz andere Sachen. Was probierst du? Äh. Okay, aber die machen ja nix. Also das ist ja jetzt kein... Die schlagen halt nicht sofort Alarm. Da gibt's bestimmt dann noch andere für... Ja. Die Frage ist... Die, die sich direkt umgedreht hat, Alter. Aber hier haben wir eigentlich alles, ne? Aber das andere orange Ding ist jetzt verschwunden. Was ist hier? Oh. Was? Ne, das hat... Ja. Achso, die Kiste ist auch auf. Yo. Ja, dann müssen wir wohl doch zurück. Also hier scheint ja nix zu sein. Einzige, was noch sein kann, ist da. Ja, oh ne, wirklich was. Erstmal leuchten. Oder hier. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal hier oben gucken. Ja. Und dann bewegen wir uns dann halt nochmal zurück und gucken da. Wie gesagt, es kann natürlich theoretisch auch komplett in einer anderen Richtung sein, ne? Wir haben vom Start sind einfach in irgendeine Richtung abgebogen. Wüsst gerne mal, ob die Levels random sind oder immer festgelegt. Also ob das so Diablo-random-Level sind. Was ist das für'n Schaum noch da? Das ist doch dein Schaum vom Anfang. Hier sind wir wieder da. Ja, mein Schaum hängt am linksten, Alter. Wenn wir den Schaum als probiert haben. Risch, risch, geil. Na super, das hat's schon richtig gelöhnt hier. Oh, das ist zuwärtig. Eifer bübscht noch einmal. Oh, hier ist auch nichts. Da kann man auch mal gehen. Oh, das befreit doch für die Knie. Ganze Zeit am Entenmarsch, das geht so auf den Warten. Hallo? Der Moment, wenn man unvorsitiv wird in solchen Spielen. Hier sind noch Gegner dran. Warte mal, achso, hä? Ist das jetzt wieder zugegangen, das, wo wir gerade reingeguckt haben? Da ist ja immer noch nicht aufgeklärt. Ach, hier geht's hoch. Da oben waren wir vorher nicht. Da haben wir noch nicht weitergeguckt. Hier ist auch absolut nichts. Einfach nur so eine Kack. Mach auf, ihr Ficker. Also hier ist halt ein fettes E. Ich möchte gerne für Bären ein E kaufen. Das ist das Terminal. Genau, wir sind von hier... Ah, okay, hier sind wir gespawnt. Bei dem E. Das heißt, wir können theoretisch da noch nach Norden. 76. Achso. Guck mal, wir haben komplett 76 geklärt. Wahrscheinlich ist da oben dann irgendwo 77, 78 und so weiter. Also einfach... Was bedeutet das E hier unten? Ich denke mal Entrance. Ja, bevor wir von hierher gekommen sind. Wird's sein. Okay, ja, dann lass uns mal gucken. Ob wir da... Nochmal raus. Wir denken dann, hier sind dann jetzt noch... Ah nee, die haben wir alle getriggert. Stimmt, die haben wir weggeballert. Aber wer weiß, ob die nicht auch wieder zurückkommen. Wir haben die getriggert. Ja, du, okay, dann halt du. Nein, 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 wir. Pass schon. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Da ist 75 B. Ja. Da hinten ist irgendwas Blaues. Warte mal. Kann man hier irgendwo hoch? Ja. Hier ist noch ein Terminal. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob die unterschiedlich sind oder ob die alle gleich funktionieren. Guck mal. Audio-Buffer-Size-Exceeded. Ja, man sieht da irgendeinen fucking Reifenschein und denkt, äh, Monster. Monster. Also hier ist Zone 78. Okay, wenn wir nachher dann in der Zone 80 sind, können wir den Befehl Ping benutzen an dem Terminal. Dann wird uns das angezeigt, wo das ist. Ja. Das ist cool. Ich finde, das ist, das ist, das ist, das ist nice, äh, nice gemacht hier mit dem. Ja, vor allen Dingen, weil das nicht so einfach nur einem Ping hinterherlaufen ist, sondern halt wirklich. Okay, brauchen wir eine Keycard. Ähm, man muss halt echt im Gelegen. Okay, ich habe den gefunden, weil, weil, lol, warum auch immer. Was hast du gefunden? Ich habe den gefunden, den, den wir brauchten. Oder? Nutzen Sie den Befehl Query an einem Terminal, um einfach mal über Key Black zu bekommen. Ja, warte. So, was soll ich, was für ein Befehl? Key unterstrich Black unterstrich 220. Aber ich weiß nicht, welchen Befehl er meint. Ach, Query. Key unterstrich? Erstmal Query. Ja, das habe ich. Äh, Key unterstrich Black unterstrich 220. Das ist auf jeden Fall nice. Ohne 77, die habe ich da hinten gesehen. Okay. Da. Ping, start a ping out of range. Get to zone 77 to get close enough to find this item. Und dann können wir in der Zone den Ping nutzen. Pass. Genau. Artefakt. Hier geht es auch noch weiter. Und hier ist dunkel. Wo hattest du gesagt? 77? Hier ist 78. Hier sind zwei Kisten. Ich habe ein Matpack. Knicklichter, super, Digga. Ich denke, ich habe endlich mal hier Muni. Ach, okay. Erdruckt die dann direkt oder was? Okay, ich habe Knicklichter geschmissen aus irgendwelchen Gründen. Ich habe eins geworfen. Ich habe ein Tool Refill Pack. Braucht jemand Leber nicht, nehme ich es für dich. Komm mal her, Eddie. Hallo? Ach, jetzt habe ich wieder Schaum, oder was? Jetzt müsstest du wieder Schaum haben. Komm mal. Benutzt das Heal Pack. 20 Prozent, ja. Tatsächlich. Ist ja krass, auch wie begrenzt die Ressourcen sind. Du hast nur eine, genau, du hast eine Sentry. Okay, dann komm her, ich, dann kriegst du noch eine Schaum. Ja, da kannst du dann nachher wahrscheinlich richtige, also wenn du weißt, du kriegst auf jeden Fall einen Ambush, ne? So, was, müssen wir 77, ne? Ja. Wo hattest du, ach hier, ja. Geht das schon auf, oder müssen wir noch was? Nice. Das ist auf jeden Fall ne coole Idee, das so umzusetzen mit den Terminals und so. Man hat da das Gefühl, man macht wirklich was. Das kriegen viele Spiele nicht hin. So, äh, ja, warum? Weil ich ihn mit meiner Tasche mal geläuchtet habe. Achtung, da sitzt noch einer. Ja. Der hat so ne Q gemacht, ne? Okay, also man kann die kurz anleuchten sogar. Okay, warte mal. Äh, B-Black 220, wenn das, ne? Ja. Ping, ne? B-Black Ja. Okay. Unterstrich Black, unterstrich 220. Hä? Jetzt sagt er nochmal, benutzen sie den Befehl Ping? Der ist in 77. Area E. In 77 E, ja. Okay, also müssen wir erst in Area E und dann den Ping benutzen, oder was? Wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier in 77 E kommen. Wir haben ja hier gesehen, dass bei 76 gibt's ja auch 76 A, D, C und E. Da müssen wir jetzt halt so... Steht hier 84. Äh, hier ist 77 B. Ja, da müssen wir ja nicht hin. Naja, aber wahrscheinlich müssen wir da durch, oder? Ist er hier nicht auf? Was? Warte, und da sitzt einer? Ja. Ja, hier bei der Sleeper. Oh, hier ist übrigens ne Kiste. Okay, also die merken einen echt nicht selbst, wenn du neben ihnen stehst. Ein Tool, wie viel... Sonst lass uns erst gucken, ob wir wirklich durch die Einzelnen durch müssen, oder ob die anderen... Warte mal, wie ist denn das auf der anderen Seite gewesen? Äh, da war's... Äh, D... E, C... Ne, ne, also die gehen immer ab von dem Haupt-Ding. Also müssen wir nur hier jetzt aus dem Hauptraum irgendwie suchen. Wobei es bestimmt auch Ecken gibt, wo man einmal rum muss. Äh, man kann hier links rum, dann kann man den vielleicht von hinten erwischen. Der andere war getriggert. Ja, die sind alle getriggert. Scheiße. Hab den auch nicht erwischt hier. Jetzt kommen die aus dem anderen Raum wahrscheinlich auch, ne? Nice. Ups, das war nicht so geplant. Von hinten. Besser gelaufen als gedacht. Äh... Noch einen geschäumt, ey. Ja. Hat noch einen aufm Ass gekriegt. Nice. Was haben wir hier? Hier ist D. Da muss E ja hier vorne irgendwo sein. Hier ist A. Ah, okay. Äh, die Kisten tauchen auf, wenn wir die gefunden haben. Ach so, vorher werden sie nicht angezeigt. Ja gut, das ist ja klar. Das ist ja, oder einleuchtend zumindest. Okay, also es geht, es geht aber nirgendwo von hier aus, äh, zu, zu E. Das heißt also, wir müssen, ja, wo gibt, also entweder gehen wir durch, wo ist es hier? Lass uns, lass uns durch D durch, also ich vermute. Super, ist ja fast gar nicht dunkel hier drin. Ja, nice. Das ist gar nicht creepy. Das ist C. Die arbeiten echt viel mit der Beleuchtung, das finde ich geil. Also gerade in den dunklen, die anderen, die halten sich halt immer im Dunkeln auf. Das ist so fies. Dann schlagen sie aus dem Schatten zu. Ich bin ja auch hoch. Schon nice gemacht. Äh, okay. Also hier ist nix. Ja, ich komm. Da ist C. Hier ist B. Es müsste ja eigentlich zwischen C und D irgendwo einen Durchgang dann geben. Wenn man anders nicht hinkommt. Ich würde sagen, wir gehen mal hier durch. Da unten ist nochmal D. Da durch. Oh, du. Du, ein Weg ist genauso gut wie der nächste. Ganz viel. Oh nein. Ich halte mich zurück. Können wir aber dran vorbei. Okay, hier vorne ist einer. Der hatte Bock, alter. Und die stehen da und freuen sich. Dann hatte ich nur Jissen gehört, ey. Jissen. Happy, happy. Ja, die sind entdeckt. Von was? Von sie nicht. Scheiße, daneben geknübbelt, alter. Oh no. Okay, du kannst den Geschossen von denen aber ausweichen, wie es aussieht. Also mit bisschen Movement geht das klar? Au. Okay, ich glaub den Raum haben wir. Keine widerwältige Mistfotzen. Da ist wieder B. Ach, guck mal hier. Übergang zu den Sicherheitszonen. 76, 78, Z81. Okay, aber da wollen wir ja nicht hin. Nee. Die Leuchtung ist aber manchmal so krass, ne? Ja, man wird halt auch übel geblendet, ne? Das ist halt echt finster. Ich hab noch 26 HP. Das nächste Healthpack würde ich wohl nehmen. Yes. Joa, hier ist ja nicht wirklich noch was in dem Raum. Also entweder müssen wir hier unten rein. Ja, hier oben ist auch noch nicht da. Oder wir sind hier ganz falsch. Das kann natürlich auch sein. Warte mal, wenn wir davon ausgehen, dass in dem Bereich hier die eigentliche 77A ist. Und hier ist D. Hier, nächstes Gebiet 77B. Okay. Das ist das, was du vorhin meintest, alles klar. Ja, ja, genau. Ich find's doch cool, dass die Türen auch auf Deutsch beschriftet sind mit... Also auch auf den Türen, das so auf Deutsch geschrieben ist und so. Also, dass sie die Texturen haben. Ist ja auch nicht immer so. Ja. Ja, dann können wir hier oben... Was ist denn hier? Waren wir hier schon? Ja. Nee, oben ist eine Tür, genau. Aber das ist genau das Gleiche. Also vermutlich müssen wir hier rein. So oder so. Würde ich jetzt mal sagen. Aber hier ist ein Schloss vor. Ich hau das mal kaputt, wenn das geht. Ich weiß es nicht. Ja. Ah, okay. Da sind auf jeden Fall Kollegen am Start. Ja. Ja, da vorne sitzt einer. Okay. Drei. Let them snooze. Snooze. Das ist ja... Okay, also wir wären auch auf der anderen Seite reingekommen. Wir sind jetzt quasi einfach nur auf der anderen Seite der Tür. Ich glaube aber, wir sollten hier landgehen, wo Kaifer ist. Wenn dieses kurze Reinblitzeln so... Hier ist eine Door, die schon offen ist. Okay, cool. Aber da... Stock, du Seil. Ja, moin. Richtig Bock. Ach, scheiß ich euch nicht ein, Alter. Ach so, hier ist... Ach so, da sind wir wieder... Überhaupt nichts. Ja, da sind wir wieder da. Da sind wir wieder am Anfang, wo wir gekommen sind. Da liegt noch ein Artefakt. Booster-Fortschritt. War das der Booster? Warte mal, da ist E. Sollen wir nicht zu E? Ja. Ja. Da steht E dran. Ja. Wie kommen wir da hinten? Da hoch. Da vorne. Wieso kann man jetzt auf einmal nicht mehr pingen? Was ist das? Du kannst nur die Gerätschaften pingen. Also du kannst... Ah, okay. In der Weltgeschichte, du kannst halt Artefakte pingen und Türen. So wie ich das jetzt mitgebracht habe. Okay. Hier ist ein Next. Aber hier ist noch eine Kiste. Medipack, jawollo. Einfach nur E drücken. Einfach nur E drücken. Okay. Nice. Oh, ein bisschen Lebenspunkte. Puh. Hier ist eine Art Fakt. Warte mal, da ist ein... Ne, das ist kein Pfeil. Oder sind wir schon in E? Ja, das ist schon in E. Wir müssen nur das Terminal finden. Genau, darum geht es weiter. Okay, das war hier nicht gerafft. Also ich würde halt auch behaupten, dass wir jetzt schon in E sind. Da gehe ich auch von aus, ja. Äh, jetzt hört man mich wieder. Toll, cool, hi. Schön gemütet gewesen. Ich wollte es sagen, Alter. Ich rede die ganze Zeit. Ich sage fünfmal, das ist A, das ist A, das ist A. Ihr geht da rein. Habe ich erst gemerkt. Hier gerade eben in den Raum. Baust links zum Zeitinter... Achso. Jetzt radel ich's. Das Terminal ist doch locker da bei den ganzen Fickern. Ich weiß halt nicht, wie viel ich mit dem Schaum hier anrichten kann. Obwohl, wenn ich nur so einzelne Bubbles schieße, könnt ihr die vielleicht kaputtknüppeln. Ah, okay. Oder den Fick ausführen zu müssen. Aha, einfach so gefunden. Ja, okay. Man muss auch mal Glück im Leben haben. Also ganz zurück. Okay, ich habe den Missionsgegenstand an. Ja. Und jetzt müssen wir zum Tor zur Zone 78. Genau. Key Blacks, wo 20 ist da, ne? Ja. Ja. Ja, dann, äh... Am besten erstmal wieder hier rum. Kleinen Fischbengel. So, dann können wir da durch. Genau. Durch die Einscheißtür. Bist du verrückt? Nicht leuchten, Alter. Hä? Konnt ihr was benutzen? Achso, die Tür schließen. Also die Grafik ist jetzt nicht super krank oder so. Aber ich mag den Stil und die Atmosphäre halt sehr. Ja. Schön stimmig. Aber klar, ein Grafik-Feuer weg ist es nicht. Und zwar nicht jetzt für das Game auch getan. Also... Also... Ja, tatsächlich. Also ist jetzt nicht schlimm für mich, aber... Oh, lol. Es gibt ordentlich Fallschaden. Alter. 10% Fallschaden von so... Okay, man muss die leider benutzen, Jungs. Ich sag's nur. Du warst kurz Gollum, Alter. Ich wollte es ausprobieren. Ja, normal. Warte mal, warte mal. Um den Alarm der Tür... Achso, okay. Deaktivieren. Ich dachte schon, hier hätte ich noch einen Alarm triggern. PlayStation. Sony sponsert auch echt alles. Ne? Das ist unfassbar, Alter. Kaufen sich überall rein. Oh, Sicherheitsscan. Hier rüber, hier rüber. Komm dran. Ich hab Bock auf Alarm. Ja, wir kommen schon. Oh, no, 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 no. Wir sind schon hier. Oh, lol. Diese kleinen Pickfressen, Alter. Ihh. Au, ich bin dead. Fuck. Au. Oh Gott, sind das viele. Ja, wir hätten gleich da reingemusst. Ja, ich hab das nicht gecheckt. Das wollte ich gemerkt. Das wollte ich nicht gestehen. Codex Interface lost. Auf den Host warten, der entscheidet, was das nächste zu tun ist. Booster Fortschrittswert. Okay, das war's. Müssen wir wieder von vorne anfangen.